Leistung. Leistung bedeutet nichts anderes, als Leistungen zu übertreffen. Schließlich gibt es nichts Gutes, was man nicht noch besser machen könnte. Es lohnt sich, alles Dagewesene noch einmal im Detail zu betrachten. Am Ende sind es Millimeter, die Visionen Wirklichkeit werden lassen. Pausen? Pausen sind dazu da, weiterzudenken. Zum Beispiel in Funktionalität und Formen. Die angenehme Akustik. Die einfache Bedienung. Die optimale Belüftung. Die spektakuläre Sicht. Wir haben alles optimiert. Das ist höchster Fahrkomfort auf dem besten Seilbahnsystem der Welt. Dank dem Team, das seit 1939 weiß, wie es nach oben geht. Omega 5 Kompromisslos weiterentwickelt. und das ist höchster Fahr passt. Musik 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 Musik